In einer Zeit voller Wunder lebten die faszinierendsten Kreaturen, die es jemals auf der Erde gab. So wie ich. Halt, das bin nicht ich. Das bin ich. Hier unten. Wir sind Paryrhinosaurier. Wir sind vielleicht nicht so furchteinflößend wie die Gorgosaurier, aber wir sind viel härter im Nebenfeld. Meine Mom passt auf uns auf. Mein Dad führt die ganze Herde an. Und das sind meine Brüder und Schwestern. Ich weiß. Nervig. Es ist nicht einfach der Kleinste zu sein, wenn alles andere so groß ist. Schließlich wurde ich erwachsen und unsere ganze Welt veränderte sich. Nun war ich es, der uns auf der Reise anführen sollte. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Dinosaurier 3D im Reich der Giganten. Unser größtes Abenteuer beginnt jetzt.